Wir können natürlich auch jetzt schon Wetten für alle noch anstehenden Rennen abgeben, liebe Zuschauer, nicht nur für das direkt folgende, sondern für alle Rennen des heutigen Tages. Da müssen Sie sich nicht jedes Mal in eine lange Schlange einreihen. C-Lord kommt jetzt ebenfalls heran, jetzt warten wir noch auf Event Mozart, auf Drummer und auf Sign Your Name. Alle sind in Position und boxen auf zum zweiten Rennen, dem Erston zu Dir-Preis an der 1.600-Meter-Marke. Jammer an der Außenseite war kurzzeitig vorne, wird aber jetzt abgelöst von dem Gast aus Hannover von C-Lord. C-Lord jetzt mit einer halben Länge, Arandu ist an der Außenseite mit dabei, ist an der Seite von Jammer. Jammer, das sind die beiden Verfolger auf den Plätzen 2 und 3, dahinter dann Samir mit Letaiga Still in 5. Position. Die zweite Gruppe wird angeführt von Carlet, dahinter dann Sakalobra, dann sieht man Event Mozart als vorletzten Kandidaten und Sign Your Name am Ende des Feldes. So geht es bei zügiger Fahrt auf das Ende der Gegenseite zu unter der unveränderten Führung von C-Lord. C-Lord mit zwei, zweieinhalb Längen an der Spitze, dahinter Jammer an der Außenseite in zweiter Position mit anderer Starke vor Samir. Dann sieht man Arandu als vierten, so geht es in den Schlussbogen hinein. Dann Letaiga Still, das ist die vordere Gruppe, dahinter dann Sakalobra mit Evening Mozart, Sign Your Name. Und Carlet ist am Ende des Feldes deutliche Nöten, jetzt geht es in den Einlauf hinein, 650 Meter noch, C-Lord mit dem Kommando. C-Lord führt das Feld in den Einlauf hinein unter Wladimir Panov, aber Drummer ist an der Seite sofort zur Stelle und geht vorbei. Drummer unter anderer Starke kann jetzt hier richtig das Tempo forcieren und setzt sich zunächst einmal ab an der 400 Meter Marke. Drummer an der Innenseite deutlich voraus, C-Lord kann nicht folgen, ist aber noch in der zweiten Position. An der Außenseite Evening Mozart und dann ist auch Sign Your Name da, aber die sind deutlich zurück. 200 Meter noch, anderer Starke weiter an der Spitze mit Drummer, Drummer weiter vorne mit anderer Starke. Drummer noch etwa 100 Meter vor C-Lord, der wehrt sich, der ist weiter in der zweiten Position und kämpft um zweite Geld. Aber Drummer gewinnt dieses Rennen. Und dahinter, da folgte dann Saccalobra und an der Außenseite sah man dann auch Evening Mozart, Ihr Event Mozart vor. Le Tiger Still mit Arandu, Khaled und Samir. Vorläufiger Richterspruch, zweite Rennen, mehr Ston zu dir, Preis. Siegerst die 5, Drummer, auf dem zweiten Platz die 3, C-Lord. Dritter die 8, Sign Your Name und viertes Pferd die 1, Event Mozart. Ich wiederhole vorläufiger Richterspruch, zweite Rennen, 5 Drummer, 3 C-Lord, 8 Sign Your Name und 1, Event Mozart. Drummer, 3 C-Lord, 8 Sign Your Name und 1, Event Mozart.